Also ich suche hier die grafische Ableitung der Parabel. Die Funktion ist y gleich x². Die Funktion fällt an dieser Stelle und ist hier flach. Damit weiß ich über die Ableitung. Die Ableitung dort, wo es fällt, ist die Ableitung negativ. Dort, wo es steigt, ist die Ableitung positiv. Dort, wo es keine Steigung gibt, ist die Ableitung 0. Das riecht jetzt schon so nach einer Gerade. Das wäre so die einfachste Funktion, die es hat. Ich kann mir das auch noch ein bisschen genauer anschauen. An der Stelle bei 1 habe ich jetzt hier eine Steigung. Naja, das könnte so zwei-Eintel sein. Das heißt, an der Stelle könnte die Ableitung ungefähr plus 2 sein. Symmetrisch dazu wäre dann hier die Ableitung ungefähr minus 2. Und dann gehe ich davon aus, dass die Ableitung ungefähr so ausschaut. Y' Und dann gehe ich dann vom Stromstrich. Vielen Dank.